Herzlich Willkommen in der Petzag, ich bin Andreas und im dritten Lehrjahr als Automatiker und der erste Schule und hat die Lehre hier abgeschlossen. Und heute zeigen wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Mir gefällt am Beruf Automatiker am besten, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass man ein sehr grosses Zusammenspiel von mechanisch wie auch elektrotechnisch hat. Wir sollen den Lehrjahr als Automatiker machen, wenn einem die Abwechslung gut gefällt und es ist sehr interessant zu sehen, wie ein Schaltschrank, wenn er fertig ist, an einer Maschine funktioniert. Man soll sich bei der Petzag bewerben, weil wir ein sehr junges, motiviertes Team sind, weil wir eine sehr gute Ausbildung bekommen und weil wir sehr viele spannende Projekte haben. Mein Highlight in der Petzag war, dass ich im ersten Lehrjahr die Möglichkeit hatte, mit einem Team auf Hamburg zu gehen und dort einen Auftrag auszuführen. Wenn man Automatiker lernen möchte, sollte man gut in Mathe sein, Gemütrie und Physik. Man sollte ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen und haben wirkliches Geschick. Wenn es dir heute gefallen hat, dann bewirbt dich doch jetzt als Automatiker bei uns.